Hi, herzlich willkommen auf tubalehren.de. Ich bin Raimund, dein Online-Tuba-Lehrer. Und mittlerweile haben wir seit zwei Wochen ein weitgehend lahmgelegtes öffentliches Leben. Und das ermöglicht uns natürlich, unsere freien Abende damit zu verbringen, jede Menge zu üben. Und bei mir ist es tatsächlich sogar so, dass ich freie Tage habe. Das heißt, ich konnte jetzt in den letzten zwei Wochen sehr, sehr viel üben. Gerade jetzt in der letzten Woche habe ich wirklich täglich vier Stunden geübt. Und es ist wunderbar, wie man dabei vorwärtskommt. Mich würde interessieren, ob du die Zeit momentan auch so zum Üben nutzt. Und dazu kannst du doch bitte einen Kommentar unter das Video schreiben. Und ja, das würde mich interessieren, inwiefern du jetzt aktuell die Zeit nutzt, um zu üben. Ansonsten habe ich ein paar Ankündigungen zu machen. Und zwar, zum einen habe ich ein Stück aufgenommen, das heißt Einem der heilige Baum und ist von Janik Helm. Und dieses Stück habe ich eben aufgenommen und über den Komponisten Janik Helm habe ich einen Blogartikel geschrieben. Das Stück findest du gleich hier drüben und den Blogartikel in der Infobox unten drunter. Außerdem habe ich in den letzten zwei Wochen fünf Videos zum Auswendigspielen veröffentlicht. Und diese Playlist findest du hier oben. Und zum dritten ist nun unser zweiter Kurs fertig. Der Bluebells of Scotland Kurs, wo du das schottische Volkslieb Bluebells of Scotland mit drei Variationen in aufsteigendem Schwierigkeitsgrad lernst. Und das findest du dann gleich hier an dieser Stelle. Da kannst du dich bitte auch reinklicken. Und das war es auch schon für heute. Ich wünsche dir einen wunderbaren Sonntag und viel Erfolg beim Üben. Und Tschüss.